Und da sind wir auch schon vollkommen zurück bei Donkey Kong 64. Und das ist mal meine vorletzte oder letzte Aufnahme mit dem Wasser, was ich ja mir gedacht habe, das steigt überall, sollte es auch hier gestiegen sein. Richtig. Und was mir insofern hilft... Ui! Was wir hier alles abchecken können. Mal eben hier, den Clown uns das Ding ums. Ein gelbes Bild. Das ist... Das ist Donkey Kong. Ah, ein Mini ich spiele. Stealthy Snob. Stealthy Snob, okay. Ja. Wieder so okay. Okay, da müssen wir nicht lang. Nein. You are... You are... We are catched. Welcome to Bonus Stage. Welcome to Bonus Stage. Ah ja. Ah ja. Hey, die sind aber auch angezogen, als diese Museumswetter, würde ich sagen. Welcome to Bonus Stage. Welcome to Bonus Stage. Ach komm. Hat er sich ernsthaft da in den Moment gedreht, die Sau? Nein, da sind so Walkie-Dalkie-Durchfunksprüche. Wie drehst du dich? Hey. Ich wollte direkt um die Ecke so schnieken. Ich will die Bananen haben, dann will ich nochmal hier hochklettern. Ich will das sowas so. Schaffen jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Ach man, da ist auf jeden Fall das Ziel. Ach komm schon. Ich will ja keine Zeit drauf immerhin gucken, wie die laufen. Der ist einfach, der läuft ja hier. So, jetzt warten wir auf den. Ey. Ach komm. Nein, es ist keine Bonus Stage mehr, das ist eine Akku-Stage. Ziel ist da vorne. Ne, da ist es ein weiter. Oh komm. Ja, ja. So. Ich war jetzt noch ein Versuch, dann mache ich ihn Cut und dann mache ich das einmal kurz so. Und dann ziehen wir uns vor der Flag. Und dann machen wir uns vor der Flag. Wie weit willst du noch gehen? Oh, ab. Nein. Da vorne war es das Ziel. Okay. Den machen wir noch, weil jetzt war es ziemlich knapp. Das ist die Akku-Stage. Das ist die Akku-Stage. Der ist ja easy, da kannst du ja vorbeigehen. Der muss ja auch schon fünf, sechs Sekunden warten, bis er sich richtig gedreht hat. Weil, der muss ja warten, bis er da ist. Hier wartet er nochmal für ein, zwei Sekunden. Und dann geht er erst mal. So, hier musst du schon warten, dass er... Oh, na gut. Ich mache einen Cut und dann mache ich es eben kurz schnell durch. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe einen Cut gemacht und wir sind durch. Ich glaube, ich musste mich einfach nur konzentrieren und das Headset ist aus. Das Headset hängt hier oben. So. Jetzt haben wir wieder eine gute Lautstärke. 50 Bananen. Ich glaube, ich muss den nochmal aktivieren da oben. Ich hätte eigentlich durchgehen sollen, weil 4 ist ja auf der anderen Seite irgendwo aktiv. Ja, ist aktiv. Hier ist nämlich Nummer 4. Jetzt kann ich eigentlich in meinem Nummer schnell bei mir mit Donkey Kong umswitchen. War ja auch irgendwo, ne? Da sind... Manimo! So, dann haben wir uns schnell hinten im Munzen. Hier sind ja auch noch da und... Guck, ich kann auch noch... 4 Minuten habe ich noch. Da muss ich... Was erledigen. Ich kann noch ein bisschen drüber gehen. Das eine war jetzt... Wie lange ging die Folge? 6 Minuten? Auf jeden Fall. Ja. Soll ich so eine hungrige Folge haben? Jetzt habe ich ja mal so... Ich sage mal, zwischen 10 und 15 Minuten mache ich ja mal gerne. Alles da drüber ist immer so... Oh, ich weiß es nicht. Dann habe ich da... Ich hatte auch schon mal so lange Projekte. Da guckt kein... Guckt kein Mensch doch. Das guckt sich keiner an. Habe ich gesagt, immer schon damals 10 bis 15 Minuten. Und jetzt ist... Und ich wusste, dass das kommt. Oh my god. Oh my god. Und ich habe so geahnt. Okay. Dann mal rein. Dann mal zurück. Eieieiei. Eieieiei. Das ist so eine Vorahnung, dass ich da runterspringen werde. Und dass ich jetzt eine Vorahnung habe, dass ich hier ein bisschen schissen schwimme. Aber ich hasse das Schwimmlevel. Oh my god. So. Und probieren wir es nochmal. Einfach hier drauf. Auf Plattform 4. An den Platz machen. Wenn ich mir das Ding bekomme. Ich glaube, es ist safe, das hier zu spielen. Und so roll ich gleich wieder runter. Aber das ist... Hat er hat er hat er hat er oder hat er nicht? Hat er hat er hat er. Wo sind... Wo sind... Blanky. Der Ballonmensch. Das ist auch eine geile Fähigkeit. Die Fähigkeit feiere ich. Nein. Ja, man. Okay, das dauert ein bisschen länger. Ich schau gerade auf der Uhr, dass er... Dass ich nicht allzu lange mache. Okay, wir drehen uns mal. Äh, in eine andere Richtung. So. Ach man, das Ding kann man gar nicht kontrollieren. So, da muss ich mich mal ganz so rumdrehen. Ja. Ich habe es geschafft. Hoppla. Hoppla. Ich mache das einfach so. Oh nein. Ist das bescheuert. Ich denke... Also, man muss sich da drauf konzentrieren, wo man in dem landet. Sonst macht er einen süßen Abgang. Feier ich. Das ist zu geil. Ich muss mich raten, hier ist ein Bananen-Level. Und hellja. Und hellja-ba. Boolaboo. Searchlights. Okay. 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 das war ja okay das von jetzt und eine banane 154 244 okay es kommt nichts mehr ich mache jetzt hier einen kurzen cut und schau grad auf uhr ja eine folge da muss ich gucken abchecken ob ich nur eine folge schaffe und sonst sehen wir uns gleich nächste folge bei den nächsten session bis gleich